Jürgen Grabi Grabowski ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der zwischen 1965 und 1980 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielte. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft bestritt der Mittelfeldspieler 44 Alländerspiele und wurde 1972 Fußball-Europameister und 1974 Fußball-Weltmeister. Vereinskarriere Im Alter von acht Jahren trat Grabowski in seinen Heimatverein SV Bibrich 1919 ein. Mit 16 Jahren wechselte er zum Nachbarverein SV Bibrich 1902, da sein vorheriger Verein keine Mannschaft mehr stellen konnte. Mit der Bibricher A-Jugend gelangen ihm erste Erfolge, unter anderem die Vize-Hessen-Meisterschaft. Damals konnten Mannschaften wie Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach besiegt werden. Erst im Finale verlor seine Mannschaft gegen Hessen Kassel. 1965 wechselte Grabowski in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Mit der Eintracht wurde er 1974 und 1975 deutscher Pokalsieger und holte 1980 den UEFA-Pokal. 1980 musste Grabowski seine Laufbahn als aktiver Fußballer beenden, da ihn der damals noch junge Lothar Matthäus durch eine Gräsche schwer verletzte. Für die Eintracht bestritt er 441 Bundesligaspiele, in denen er 109 Tore schoss. Ebenfalls kam er zu 45 Einsätzen im DFB-Pokal mit 19 Toren, zu 40 Europa-Pokaleinsätzen mit 9 Toren und zu 6 Einsätzen in der Inter-Torte-Runde mit 3 Toren. In der Saison 1983-84 war er zusammen mit Klaus Mann kurzzeitig Interimstrainer von Eintracht Frankfurt. Auch in der Saison 1977-78 war er für wenige Tage Interimstrainer. Grabowski ist Ehrenspielführer der Eintracht. Nationalmannschaftskarriere Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt Grabowski insgesamt 44 Länderspiele. Er zielte dabei fünf Treffer und nahm an drei Fußball-Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft teil. Nach einem Auftritt in der Amateur-Nationalmannschaft 1965 absolvierte er mit 21 Jahren sein erstes Länderspiel am 4. Mai 1966 gegen Irland. Bei der Weltmeisterschaft 1966 in England wurde er mit der Nationalmannschaft Vize-Weltmeister, bestritt allerdings kein einziges Spiel. Nachdem er am 22. November 1967 sein einziges Länderspiel für die U23-Nationalmannschaft beim 1 zu 1 Unentschieden gegen die Auswahl Rumäniens in Saarbrücken bestritten hatte, kehrte er erst 1970 bei den WM-Vorbereitungsspielen in den Kader der Nationalmannschaft zurück. Er schaffte seinen endgültigen Durchbruch als Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Bei der die deutsche Mannschaft Dritter wurde, hier erwarb er sich den Ruf als bester Auswechselspieler der Welt. Er wurde in fast jedem Spiel eingewechselt, fand sich in der Regel sehr schnell in das Spiel und konnte ihm so entscheidende Impulse vermitteln. Beim fast verloren geglaubten Viertelfinalspiel gegen England war er wesentlich für den Umschwung auf die Siegerstraße verantwortlich. Beim Jahrhundertspiel gegen Italien spielte er von Beginn an und war einer der Besten. Er schlug die Flanke, die ausgerechnet Schnellinger zu seinem berühmten Ausgleichstor in letzter Sekunde verwerten konnte. Danach gehörte er zu den Stammspielern des Nationalteams und spielte auch in allen Qualifikationsspielen für die nächste Europameisterschaft. Und war schließlich auch Bestandteil jener Mannschaft, die im Viertelfinalhinspiel am 29. April 1972 im Wembley-Stadion mit überragendem Fußball 3 zu 1 gegen England gewann. Und sehr oft als die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten bezeichnet wird. Für das Rückspiel fiel er jedoch verletzungsbedingt aus, wodurch er nach seiner Genesung zwar zum 18-köpfigen Kader für die Europameisterschaft 1972 in Belgien gehörte, jedoch wieder in die Rolle des Edelreservisten zurückfiel. Als solcher konnte er aber im Halbfinale gegen Belgien überzeugen und auch wenn er dann im Finale nicht zum Einsatz kam, gewann er doch mit der Europameisterschaft 1972 seinen ersten internationalen Titel. Bei der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland wurde Grabowski Weltmeister. Nachdem er wegen schwacher Leistungen in der Vorrunde vorübergehend in Ungnade gefallen war, wurde er im dramatischen Zwischenrundenspiel gegen Schweden in seiner Mexiko-Rolle als Auswechselspieler zum Matchwinner und er kämpfte sich so. Seinen Stammplatz zurück. Im quasi Halbfinale gegen Polen und beim Finale gehörte er zu den besten deutschen Spielern. Das 2 zu 1 im Finale gegen die Niederlande war auch sein letztes Länderspiel, es fand zudem an seinem 30. Geburtstag statt. Aufgrund seiner teilweise herausragenden Leistungen im Trikot der Frankfurter Eintracht in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre und in Ermangelung eines Spielmachers, versuchte der damalige Bundestrainer Helmut Schön, Grabowski im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien zu einem Comeback in der Nationalmannschaft zu überreden, was dieser nach einiger Bedenkzeit jedoch ablehnte. Weitere Aktivitäten Grabowski war Vorstand der Schlappe-Kicker-Aktion der Frankfurter Rundschau, die unter anderem in Not gear Athene Sportler unterstützt. Nach dem Karriereende betrieb er eine Versicherungsagentur der Gotha-Versicherung. Ehrungen Im Winter 1977-78 wurde Grabowski in der Rangliste des deutschen Fußballs als Weltklasse eingestuft. Seit dem 23. Januar 2013 ziert ein Abbild von Jürgen Grabowski eine der zwölf Säulen der Eintracht in der U-Bahn-Station Willy-Brandt-Platz in Frankfurt Am 3. Dezember 2014 verlieh ihm, gemeinsam mit Bernd Hölzenbein, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier den hessischen Verdienstorden.